Hallo und willkommen bei Singen auf den ersten Blick. Nach so vielen Folgen mit Noten, Noten, Noten machen wir heute mal Pause. Aber natürlich nur im musikalischen Sinn. Wir bringen die Viertelpause und die halbe Pause ins Spiel. Die Viertelpause sieht aus wie ein verschnörkelter Haken. Du kannst ja mal versuchen, sie mit einem Stift nachzuzeichnen, aber mach dir nicht allzu viel Gedanken, wenn es dir nicht auf Anhieb gelingt. Viel wichtiger ist heute, dass du sie in den Noten erkennst. Sie ist so lang wie eine Viertelnote, also in unseren Taktarten gerade ein Grundpuls. Die halbe Pause sieht dagegen ziemlich langweilig aus. Einfach einen Klotz, der auf einer Linie liegt. Sie ist so lang wie eine halbe Note, also zwei Grundpulse. Bei der halben Pause gibt es eine Sache, auf die man achten muss. Sie kann auf verschiedenen Linien liegen, sie ist immer zwei Grundpulse lang. Man darf sie aber nicht mit einer anderen Pause verwechseln, die ebenfalls wie ein Klotz aussieht, allerdings nicht auf der Linie liegt, sondern unter einer Linie hängt. Das ist dann eine ganze Pause. Die beiden kann man leider sehr schnell miteinander verwechseln. Heute konzentrieren wir uns auf die halbe Pause. Die ganze Pause nehmen wir später erst dazu. Das heutige Übungsblatt beginnt mit einigen Rhythmusübungen. Ganz unten bei den Melodien gibt es noch eine kleine Besonderheit. Die letzte Übung beginnt nicht wie die anderen mit einem Ton, sondern mit Pausen. Also heißt es aufpassen, damit du den Einsatz rechtzeitig erwischst. Eigentlich ganz einfach, aber auch Pausen wollen geübt sein. Also ran an den Speck bzw. an das Übungsblatt hier direkt unter dem Video oder an den Rechner zum Cappella Melody Trainer. Dort könnt ihr mit dem heutigen Wissensstand fünf neue Übungen in Angriff nehmen. Viel Spaß dabei. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Singen auf den ersten Blick. Bis dahin dann. Wir hören uns. Wir sehen uns.